So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5. Unser Sohn ist ein richtiger Arsch, ne? Wir aber auch. Oh, bitte mach da nichts kaputt. So, also wir auch. Wir nehmen uns jetzt nämlich den Wagen. Wir haben einen Stern. Vielleicht über den mal. Scheiße, Scheiße. Da lang. Erstmal in die Poolen wieder abhängen. Ist das ne Sackgasse? Tatsächlich. Wir sind hier safe, Leute. Sehr schön. Also die Frau ist abgehauen. Mit so nem Pisse. Der Sohn jetzt auch in meinem Auto. Ach, entschuldige. Ach, da ist noch mein geklauter BMW. Können wir auch noch fahren. Hallo? Ich bin zurück! Mann. Auch ein Prieger. Mann. 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 Yoga beruhigt. Ein toller, toller Name für die Folgen. Mann. 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 nur noch den geklauten. Da ist sogar immer noch der Drink drin. Das war nur ein kleiner. Ach da ist er ja. Naja was soll's. Ja erstmal. Wir haben eigentlich genug Ausdauer jetzt. Naja wir warten noch ein bisschen. Oder machen wir das ganz schnell? Jetzt schreibt er mir noch, dass er meine Karre geklaut hat. Ey ey ey. Vielleicht schaffen wir das ja doch. Also das Rennen da. Das Wettlaufen. Ich probiere es einfach mal nochmal. Nicht dass sie sich noch mehr gespritzt hat jetzt. Wo ist denn die? Ach da vorne. Da ist denn das ey. Komm mal bis durch. So hi. Ja ja ja. Komm mal komm wir überspringen das mal weil wir hatten das schon. Die labert ja auch ohne Scheiße. Die Fotze. Ich cheate. Also was hatten die sich da gedacht? Ich bin halt ein schlauer Mensch. Ich nehme halt immer den kürzesten Weg. Die ist so aggressiv. Oh man Leute. Ich liebe diese Treppen. Komm verpisst euch. Verpisst dich. Verpisst dich man. Danke danke. Ja ja ja. So wie sieht's mit der Austaus aus? Oh nein mein Herz. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Du bist sicher. Ich hätte dich nicht verraten. Ich hätte dich nicht verraten. Wenn du diesen Shortcut nicht mehr genommen hast. Ja. Alles klar. Alles klar. Oh mein Scheiße. F*** ich. Scheiße. Du bist bist glücklich. Ich bin glücklich für einen Versuch. Schleifung. Der Moon aurumstreiben. Ich werde dir ein paar Autogrammhäuser gucken. Hey ich bin glücklich für dich. Das war's. Das war's mit dem. Das war's mit dem. Ja. So. Ich hab dir eh nicht gemocht. Wir fahren jetzt mal zu den Therapeuten, nach der Aktion hier, ne? Kommt eigentlich gelegen. So. Ach, die Leiche ist schon verschwunden. Die ist wahrscheinlich unsterblich. Man kann da bestimmt noch Missionen machen. Äh. Alter. Ich hab kein Geld. Ich mach mal was richtig dummes. Ich verkauf einfach mal ein paar Aktien, ne? Also eigentlich ist das das Schlauste. Das ganze Geld in Aktien rein. Bargeld jetzt nicht. Immer wenn man was braucht. Wir wissen was verkaufen. Ist das jetzt gestiegen oder nicht? Wir waren bei neun. Scheiße, Leute. Scheiße. Okay, wir verkaufen mal ein paar. Verlust. Es steht sogar der Verlust. Aber das ist ja mega dumm jetzt. Bescheiden die Kohle. Aber wir verkaufen einfach mal. 100. Äh. Ja, komm. Das muss jetzt leider sein. Ich... Ja. Lohnt sich hoffentlich. Wer weiß. Ja. Ja. Puh. Weißt du was? Schau. Ich werde einfach wegnehmen. Ich bin nicht in der Hand für diese Scheiße. Diese Scheiße. Diese Scheiße. Wie du wünschst, Michael. Alter, was? Die Aktien. Kann ich dir was fragen, Doc? Ich meine, du bist ein... wies, kind, know-it-all kinder Typ. Ha, 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 ha. Geh, ha, ha, ha. Du glaubst. Du glaubst in den Schäden? Nein. No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies, or by people who wish to judge others. It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right, I forgot I told you about him. Oh, God. Don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, you know, started again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you turned things over? Well, no. I mean, you know, not really. But that's not the point. I mean, I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. Yeah, that's a hard one to explain. The FIB is making me... Let's just say one man's patriotism is another man's atrocity. My old pal Trevor, he's got me stealing nukes or some shit off government contractors. My wife's left me. My kids, too. My fucking son drugged me. I tried to kill a yoga teacher. You're giving me facts. You're not telling me how you feel. I worry about your emotional health, Michael. Hmm. Anything else you want to tell me? Not really. I mean, you know, I've been working on myself. Just, uh, I stole a couple cars. A few. There's nothing serious. Good, good. But I hope we're not back justifying the unjustifiable, my friend. Yeah. I just don't like myself very much, Doc. And that's the truth. Hmm. What about your sexual problems, Michael? Well, you know, I've been a good boy in that regard. I'm making real progress, Doc. We are making progress, Michael. You're finally listening to me. Great. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means, that's about all we have time for. I really want you to work on yourself. Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to do it. And remember, brother. We're all rowing together. Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah. Okay. Close the door on your way out. And buddy. Chin up, okay? The kind comes back. Come on, don't you? You're welcome. Whatever the answer you came to Tracey, Baby, hast du geholfen? Ja, schau, Dad, wir sind Angst. Ich bin Angst, auch. Ich will wirklich dich sehen. Ich will nicht sehen dich. Du musst Hilfe, wie sehr, sehr Hilfe. Und wenn du das nicht verstehst, du wird dich getötet. Tracey, ich liebe dich. Aber du wirst nicht wissen, was du bist. Ich versuchte, Dad. Das ist alles, ich konnte. Also, sie wollte halt als Nutzer eine Karriere machen. Die habe ich mit Trevor verhindert und jetzt hasst sie mich. Ja, ich bin blind. Oh, Mann. Ich bin halt echt blind. Was machen die da draußen? Nein, 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 du Idiot. Du sollst doch noch schneller hoch, Mann, jetzt hau... Oh, jetzt wäre ich schon längst oben. Ich hasse, dass ich langsam durch die Treppen laufen. Na, der macht es ja irgendwie noch bescheid. Der Trevor läuft wie so ein Behinderter. Wo ist der Trainer? Auf der Weg. Ja, der Kind idoliert. Ja, das ist ja... 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 Yo, Frankie. Wir waren gerade über dich. Oh, nattering. Du wirst wie es sein. Ja, was auch, Mann. Also, was wir hier machen? Wir arbeiten, amigo. Wir haben einen Schwer. Ja, wir haben die ganze Zeit, und ich glaube, wir werden, dass wir, in der Zeit, wie banditinnen machen. Das ist ja... Did you talk to Lester? Yeah, yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison. Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. But you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time we do things my way. Yeah, and what about after this? After this we think about things. So what's the plan? Easy, all right? We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's a little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. Yeah, you, you're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's sake. Where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you. Ah, better. I like that. Fuck you. Good, good, all right. Now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my commando, master. Let's go, junior. Hey, wait. Get Michael a wetsuit, or I take him to the boat. Oh. Stop dragging your heels, kid. We need some transport. Oh. Look how he's running. Oh, he's been drinking a lot too often on the street. You can also notice that. The arm. Come. Okay, I'm taking you to the port city side of the Merriam-Turner overpass. Almost forgot. Here's the rifle with a thermoscope. Almost forgot. I was kind of sold on like a well-organized job, planned out, when Lester's weird out for detail. I got an eye for details, kid. Little details like your brick of flow being drywall. Okay, man. I'm grateful for that, dog. But you're buying cocaine is a whole different thing from sinking a container ship into a harbor. Not really, kid. It's all about what's inside. Cool, so what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Merriweather? Uh-uh. Yeah, maybe. Merriweather Security Consulting. The company our government uses to fight its wars and carry its shady interests all over the planet. They're the army? They're like the army. Only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on U.S. soil. And what's one of the first on the list? This container at the port? Exactamundo! So it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, because your job is not to understand. It's to shoot at people who try to stop us. I'm stopping the car in the median here. Head to your shooters' nest and call Mike. Alright, man. Alter, that's doch mega gefährlich. Hier einfach. Naja, was soll's. Hier darf man doch gar nicht halten. Shit.